Assalamu alaikum. Friede sei mit euch und willkommen zu einer neuen Folge von Islam kurz erklärt. Dieses Mal geht es um die Frage, wieso trinken Muslime eigentlich keinen Alkohol? Seid mal ganz ehrlich, habt ihr schon mal überlegt, was Alkohol alles mit unserer Gesellschaft anstellt? Ich finde, darüber wird nicht oft genug gesprochen. Die Zahlen sind wirklich schockierend und jeder von euch kann sie im Internet finden. Hier nur mal einige für euch. Knapp 250.000 Menschen in Deutschland standen 2016 unter Alkoholeinfluss, als sie eine Straftat begangen haben. 75.000 Menschen sterben, Schätzungen zufolge jährlich in Deutschland durch riskanten Alkoholkonsum. Und 1,8 Millionen Menschen sind in Deutschland alkoholabhängig. Nur mal zum Vergleich, so viele Einwohner hat Hamburg. Und die Zahlen zeigen auch, oft sind es Kinder und Frauen, die Opfer von Taten unter Alkoholeinfluss werden. Das ist leider Fakt. Und wenn ihr jetzt immer noch wissen wollt, warum Muslime keinen Alkohol trinken, dann kommt jetzt die Antwort. Vielleicht kennt ihr diesen Spruch. Ach komm schon, von dem Schlückchen Wein und einem Glas Bier passiert schon nichts. Eine These, die für Suchtmittel und Drogen mit Vorsicht zu genießen ist. Und wer zieht wo die Grenze? Der Heilige Koran geht darauf näher ein. Dort heißt es, sie fragen dich über Wein und Glücksspiel. Sprich, in beiden ist großes Übel und auch Nutzen für die Menschen. Doch ihr Übel ist größer als ihr Nutzen. Der Schluss, ihr Übel ist größer als ihr Nutzen, birgt in sich ein sehr wichtiges Prinzip. Eine Sache sollte nicht allein deswegen übernommen werden, weil sie einige Vorteile mit sich bringt. Noch sollte etwas verurteilt werden, nur weil es in gewisser Hinsicht schadbringend ist. Beide Seiten sollten sorgfältig abgewogen werden. Und etwas sollte nur dann vermieden werden, wenn sein Schaden den Nutzen überwiegt. Genau das hat der Islam getan. Es gibt zwar Vorteile im Alkohol, aber die Nachteile überwiegen. Deshalb ist der Alkohol verboten. Und der Islam ist die einzige Religion, die den Alkohol verboten hat. Also etwas Schädliches. Der Islam erkennt ja an, dass Alkohol auch Vorteile hat. Zum Beispiel in der Medizin. Alkohol wird oft in Medikamenten verwendet und das ist auch Muslimen erlaubt. Übrigens gab es muslimische Wissenschaftler wie Mohammed Al-Razi, der Ethanol als einer der ersten für die Medizin verwendete. Aber zurück zum Thema. Die Nachteile überwiegen und deshalb ist es im Islam verboten, Alkohol zu trinken. Übrigens nicht nur Alkohol. Jedes Suchtmittel, also auch andere Drogen, sind nicht erlaubt. Der Islam will den Menschen zu etwas Höherem bewegen. In eine spirituelle Welt, in der sich ein Mensch völlig entfalten kann. Alkohol und Drogen und Dinge, die einem schaden, sind nur Steine auf dem Weg dieses Fortschritts. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge Islam kurz erklärt. Assalamualaikum, Friede sei mit euch.